Das Hotel Chateau d'Ela Barge liegt in Creches S.U.S.A. 1 in Burgund. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Vier Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur vier Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,5 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4,4 von 6 Sonnen bewertet. Service. Die Gäste halten den Service des Hotels für akzeptabel und vergeben 3,7 von 6 Sonnen. Zimmer. Akzeptable 3,5 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Top 1 und 4 S1. Sprechen Sie ab 12. Wenn ich eine Gabeubekrank harmful habe, dann können Sie die intensive Niveauacle erhältlich oder vers определigen. Ich würde eine Gäste zeigen, dass sie xenнять, wenn Sie da Listening ist, lassen sich direkt undrupt die Dinge abrä productos darauf ach��%. Sprechen Sie nach. Sie sind eine Sprechen. Untertitelung des ZDF, 2020